Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Heute werfen wir einen genaueren Blick auf den ULTI MEA Beamer 4K Heimkino, ein beeindruckendes Gerät, das auf Amazon erhältlich ist. Wenn ihr auf der Suche nach einem hochwertigen Beamer seid, der euer Heimkino-Erlebnis auf das nächste Level hebt, dann bleibt dran. Der ULTI MEA Beamer 4K Heimkino unterstützt eine native 1080p Auflösung und bietet eine Helligkeit von 700 ANSI Lumen. Dank der 4K Dekodierung und HDR10 Unterstützung liefert dieser Beamer gestochen scharfe und lebendige Bilder, selbst bei Tageslicht. Ein besonderes Highlight ist die 6D Trapezkorrektur und der Autofokus, die eine perfekte Bildhausrichtung und Schärfe garantieren, egal aus welchem Winkel der Beamer projiziert. Die Installation ist kinderleicht. Einfach die entsprechende Einstellung einschalten und auf die Autofokus-Taste der Fernbedienung klicken. Der ULTI MEA Beamer ist mit einem intuitiven Betriebssystem ausgestattet, das die Navigation und Einstellung zum Kinderspiel macht. Selbst Technikmuffel werden damit problemlos zurechtkommen. Ein weiteres großartiges Feature ist die Hindernisvermeidung, die sicherstellt, dass das Bild nicht durch Objekte im Raum beeinträchtigt wird. Die Technologie der hellen Kanten sorgt für ein intensiveres und immersiveres Seherlebnis. Der Beamer ist sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich geeignet und bietet eine helle Projektion auf einem bis zu 150 Zoll großen Bildschirm. Der ULTI MEA Beamer ist mit einem fortschrittlichen Wi-Fi-Chipsatz ausgestattet, der eine stabile und schnelle Datenübertragung gewährleistet. Das integrierte Bluetooth 5.1 ermöglicht eine einfache Synchronisierung mit Soundbars, Bluetooth-Lautsprechern oder Smartphones. Der eingebaute 10-Watt-Sound-Hohlraum mit DSP-Chip sorgt für klare Höhen und tiefe Bässe. Das staubsichere Design und die vielseitigen Anschlüsse machen diesen Beamer zu einer langlebigen und vielseitigen Wahl. Er ist kompatibel mit Smartphones, TV-Sticks, Roku, Switch, Laptops und mehr. Schauen wir uns nun einige Nutzerbewertungen an. Danny Reitmeyer schreibt, perfekter Beamer für die Fußball-EM. Mit 700 Ansi-Lumen und einer nativen 1080p-Auflösung liefert der Beamer gestochen scharfe und helle Bilder, selbst bei Tageslicht. Die Unterstützung von 4K-Inhalten bringt jedes Detail des Spiels klar zur Geltung. Marc-Anton Spohn sagt, dieser Beamer ist für seinen Preis ein Top-Gerät, das überzeugt. Bild ist sehr scharf, Farben sind kräftig, und selbst spielen ist gut möglich. Der Ton ist überraschend in Ordnung, aber eine Soundbar sollte man trotzdem nutzen. Salva fügt hinzu, der ULTI ME-A-Beamer hat mich wirklich beeindruckt. Die 4K-Auflösung liefert gestochen scharfe Bilder mit einer erstaunlichen Detailtreue. Die automatische Bildausrichtungsfunktion macht es einfach, das Bild perfekt anzupassen. Und Stefan Winter meint, macht erstmal einen wertigen Eindruck, sieht gut und hochwertig aus. Die automatische Bildeinstellungen finde ich prima. Bild in HD-Qualität macht schon Spaß, wenn der Raum wie im Kino dunkel ist. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der ULTI ME-A-Beamer 4K-Heimkino eine hervorragende Wahl für alle ist, die ein hochwertiges Heimkinoerlebnis suchen. Mit seiner beeindruckenden Bildqualität, der einfachen Installation und den vielseitigen Funktionen bietet dieser Beamer ein unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis. Wenn ihr also auf der Suche nach einem neuen Beamer seid, klickt auf den Link in der Videobeschreibung, um mehr zu erfahren und euren eigenen ULTI ME-A-Beamer 4K-Heimkino zu kaufen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.